Ja, ich seh grad schon, ja, endlich startet ein neues Let's Play. Willkommen hier zu Let's Play Super Mario Odyssey. Zu einem längsten Projekt überhaupt hier auf dem Kanal. Ja, wir haben ja schon Breath of the Wild, Breath of the Wild ist sozusagen pausiert. Ich hab nur die Karte, aber wie gesagt, pausiert. Deswegen, Start in the Super Mario Odyssey. Heute ist es 27. Oktober und ja, wohl nicht, wenn da gerade einer Online ist, aber Tja, was soll's. Auf jeden Fall, wir starten uns durch. 100% ohne Lösungsbuch, ja. Noch ein Info noch, ich hab die Amiibos noch nicht, die gibt's aktuell noch nicht, ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt werde ich euch die Amiibos zeigen, aber wir sagen, los geht's, genug geredet. Und, keine Sorge, ich werde auch privat ein wenig zocken, aber ich nehme, auf geht's, auf zur Odyssey. Tja, es gibt, es ist ein Restaurant, es haben den Hip-Mode. Also in dieser hilfreien Spielmodus zeigen die Pfeile D.B. und Kerst nach der großen Höchsten in Spielzeug. Leute, ich werde nicht den Hilfmodus benutzen, ich fang an. Willkommen hier zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im Himmel über dem Pilzpalast. Joachimus. Woh! 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 Ohhhh! Zeit für meine Hochzeiten! Ich wäre einfach einversichtig, Mario. Einversichtig. Tja! Und damit sage ich nochmal Willkommen hier zu Let's Plays von Mario Odyssey. Bevor wir starten, noch kurz irgendwas so noch. Ähm, die Amiibos gab's noch nicht bei mir, ja? Wegen Wunder und nicht. Ich will mir den Program-Twaller Wunder und die Mutter aufgeladen werden. So, mit mir auf 100% wie gesagt, das hier ist das Tutorial und... Wir sehen uns ein bisschen rum. Wo sind wir? Hey! Hey, komm zurück mit der Blutze! Wer bist du denn? Tut mir leid, dass ich hier abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Merk man! Du bist abgehauen! Du hast meine Mütze geklaut! Was war das? Ich habe gesehen, was vorher passiert ist. Alles gut bei dir? Hallo! Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angekauft. Bowser! Das finde ich sauer, dass es meine kleine Schwester im Frühstück hat. Hahaha! Ah! War ein Jahr Schiff, Klammern. Und ist der Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Füße werden sie eigentlich wirklich klasse! Ich meine, wir sollten dem Nachbarnland noch mal schiffen. Und das finde ich sehr gut von uns komisch. Aber die zeigen uns ungeheuer, dass wir an dem Weg. Hm, wir kämpfen. Das ist da, nicht? Wir sollten uns zusammenkommen. Mal sehen, ob wir... Hm, 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 hm. Also können wir helfen können. Ich sag, hm, hm, hm. Oh, Zylinder! Oh, was macht das? Oh, Pum, Pum, Pum. Nicht so dein Stil. Wie wärs hiermit? Oh, Cappy! Also das habe ich wirklich gewundert, seit... Oh! Oh! Cappy ist jetzt ein Begleiter. Also das haben wir wirklich gewundert, seit der Nintendo Switch Presentation. Oh, das bin ich mir nicht wahr. Sekunde mal. Ich gebe mal im Zweifelmodus. Optionen. So. Ich gebe mal bei der Steuerung. Niedrig. D-d-d-d-d-d. Äh. Leider. Kostenern. Steuerung. Normal. Maria Webber. Präparation. Aus. Ja! Intensivien. Ja, und jetzt wird das zum engsten Projekt werden. 100% habe ich mir gedacht. Ich werde das bei mir machen. Du kannst nicht mehr schlafen, aber ich kann es nicht mehr schlafen. Jetzt kann ich das mit dem Projekt... Das war's für heute. So... Sekunde mal... Optionen... Sekunde mal... Ähm, ist jeder was im Handen, wie die Steuerung...? Nee, äh... Wie? Ich muss kurz hauen... Nee, das ist Ansatz, hä? Anleitung, so... Moment, ich muss kurz hauen, ähm... Steuerung... Äh... Käppi-Aktion... Käppi-Aktion... So... Also... Mist... Äh... Anleitung... Ähm... einem... Ein.... So, jetzt haben wir noch eine Karte. Das ist gar nichts verkehrt, wie bei Puff und Wald, so. Das ist hier. So. Aber werden sie mich so dann nochmal zurückkehren, für die 100%, ja. Gute Arbeit. So. 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 Kein Leben habe ich, kommen wir kurz auf die Karte, so. Ähm, wie wollt ihr denn noch nicht sehen? Ja, was soll ich bei der Karte kommen? Ja, was soll ich die Liste kommen? Ja, was soll ich jetzt die Karte kommen? So, ist das noch gut, was? Nee, gut. Dann machen wir nun weiter. Oh, das ist noch gut. Es ist dann der Yee, den Musen. Aynen. Oh, diegüste. Ah, das ist ja gut. Das ist ein Schein da. Anleitung Ich muss noch was sagen, wie man das drehen kann Steuerung Luftsprünge Kampf Snaps Schleif Trailer Ich muss grad sagen, ob das... Sekunde mal. Ich muss grad sagen, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist. Ach, die als Verwandlung im Spiel. Mario! Bis gleich! Oh oh! Du hast einen Frost gekapert. Ha! Mal ausguckt! Ah! Ich bin ein Frost! Sekunde mal! Ach, es gibt auch noch Monde! Sekunde! Ich bin ein Foto! Ich bin ein Foto! Ich bin ein Foto! Hey, die Runde. Was ist das? Kuma. Um. 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 Cover. Oh. Okay. Um. 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 Achso! Ja, jetzt! Liste? Souvenirliste? Komm, ist das? Ja, jetzt! Guck mal, bevor ich dann nach oben gehe. Guck mal, bevor ich da hoch gehe und... Okay, das kann ich machen jetzt. So, ich würde sagen, aus zum Boss. So, ich würde jetzt aus zum Boss. Wir wissen ganz genau. Ibi! Ach, eine Tag! Da sind ja die... Hier, hier, hier. Der Chef hatte recht, als er sagte. Nenn uns die... Brutal! Ach! Stimmt, Alina Bell! Ja, hier, hier. Engst der Schmerz. Zwei Schaden. Gesamt. So, ich würde sagen, bevor wir uns an die Leitung kommen, machen wir einen kurzen Cut und sehen uns dann in der kommenden Folge wieder bei Super Mario Odyssey und bis bald.